Ja, wie gesagt, wir begrüßen auch Sie ganz herzlich zu unserer ersten Veranstaltung und damit wir jetzt dann ordnungsgemäß weitermachen, übergebe ich als erstes mal das Mikrofon. Ja, vielen Dank, liebe Frau Kollegin Vanier. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu der Auftragsveranstaltung unserer RING-Vorlesung, die erstmalig mit der Beteiligung aller drei Hochschulen der Region stattfindet und ich freue mich, dass wir in Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Entrepreneurship der beiden Hochschulen, TU Braunschweig und Ostfalia Hochschule, Institut für Erziehungswissenschaften und Technologietransfer der TU Braunschweig unter der Leitung von Herrn Saathruf, wir diese RING-Vorlesung vorbereitet haben. Das Ziel der RING-Vorlesung ist, interdisziplinär verschiedene Facette des Entrepreneurship zu vermitteln, klarzustellen und vor allen Dingen Sie einen Tuck motivieren, den spannenden Weg der Unternehmensgründung zu gehen. Ich freue mich sehr, dass heute Ihr Kollege Faltin von FU Berlin zu uns gekommen ist. Ihr Kollege Faltin hat den Begriff Entrepreneurship im deutschsprachigen Raum nachhaltig geprägt und seine Ansätze sind ebenfalls für uns als Entrepreneurship-Center das Lehrstuhl von Entrepreneurship-Orientierungsansätzen und wir wissen, dass die kreative Rundung sehr viel mit den Ansätzen von einem Kollegen Faltin zu tun hat und es gibt eine Vielzahl von Unternehmensgründungen, die auf seine Ansätze basieren. Noch einmal bin ich sehr, sehr froh darüber, dass Sie lieber Faltin zu uns gekommen sind und ich spiele Ihnen dann auch das Wort weiter. Ja, ich glaube, Entrepreneurship ist eine fantastische Sache, wenn man so richtig anfängt, kann der Himmel sein, kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, der so gut ausgestaltbar ist für einen selbst und für die Gesellschaft. Für einen selbst, weil man der Chef ist. Chef hat viele Nachteile. Schauen Sie nicht, dass Sie groß herauskommen, wenn Sie Chef sind. Ich sage Ihnen, der liebe Gott, es ist möglich, kein Geschäft zu sein. Aber Chef hat den Vorteil, dass Sie gestalten können, wie Ihre Tätigkeit aussieht. Und heute, mit der Möglichkeit von modernen Kontrollen, nämlich von Komponenten und einem verzweigten Netz von Dienstleistern und hohem Grad von Arbeitsteilung, kann man seine Tätigkeit als Kontrolleur so gestalten, dass nur das übrig bleibt, was einem leicht fällt, was man gut kann und alles, was einem Schwierigkeiten macht, radikal abgeben. Da werden die älteren Praktiker unter Ihnen sagen, das kann ja nicht umgehen, ich behaupte, es geht und ich werde im Verlauf zeigen, was man da machen kann in dieser Richtung. Es kann auch die Hürde sein. Und die Deutschen haben ja keine sehr klaren Übrüfe. Die Einladung, die Deutsche, sei Selbstständigkeit. Das stimmt so ein bisschen, aber ich sage, ich warme vor Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, das Bougoumont sagte schon, man muss ja immer machen, aber das ständig. Und es ist nicht der Entrepreneurship. Entrepreneurship ist für mich Skalierbarkeit, ist für mich etwas Neues denken, nicht noch ein weiterer Selbstständiger sein, etwas Neues denken und diese Neue nicht nur gedacht haben, sondern dieses Neue auch in die Praxis umsetzen, was ja nochmal in jeder weiß, wenn die Generation zu früher gleich gespielt hat. Darüber werde ich sprechen und versuchen, es Ihnen näher zu bringen, sodass Sie rausgehen und sagen, verdammt, hat man die Deutsche, wenn es in der Situation schon nicht im Kopf war, es ist eigentlich der Königsweg für eine eigene Tätigkeit, die so der eigenen Berufung, den Talenten und Wünschen entspricht. Gucken wir uns das ein bisschen näher an. Fangen wir mal mit der Hölle an und versuchen wir uns dann so langsam zum Jubel vorzuarbeiten. 80% aller Gründungen sind nach fünf Jahren nicht mehr dabei. Nicht alle gehen in den Konkurs, manche hören Gott sei Dank noch rechtzeitig auf vorher, aber es ist eine eigentlich sehr traurige Statistik, ich kenne keine Institutionen, die man weiterführen würde, wenn 80% als Ausgang der Institutionen sozusagen versagen. Beim Entrepreneurship glaubt man das irgendwann, das müsste so sein. Mir ist das nicht plausibel und ich glaube, es muss auch nicht so sein, weil diese Statistik sagt, man kann sie so interpretieren, sie sagt, dass das, was herrschende Meinung ist in Entrepreneurship, muss wirklich falsch sein, wenn sie zu solchen Ergebnissen fliegt. Ich verwende auch bewusst den Begriff von Entrepreneurship in Abhebung zu Unternehmer. Der Unternehmer ist mindestens drei verschiedene Funktionen. Das können wir uns in der Hocharbeitzeiten die Welt eigentlich nicht mehr leisten. Der Unternehmer ist normalerweise derjenige, der das Kapital mitbringt oder auftreibt. Er ist derjenige, der hoffentlich ein Konzept mitbringt. Und er ist in der Regel auch derjenige, ganz am schlimmsten, der den ganzen Laden auch managt. Da haben wir schon drei völlig verschiedene Funktionen. Es ist klar, dass nicht viele Leute alles drei gemeinsam haben. Das ist schon der Grund, warum es so wenig gibt. Sie wissen, selbstständig wurde so ungefähr 10%. Das, was einem innovativen Unternehmern davon begegnet, das höchste ist ein Prozent. Und damit man nicht immer diese drei Funktionen durcheinanderwirft, finde ich, sollte man den Begriff Unternehmer so vorsichtig ins Museum abgeben und sagen, Geld beschaffen ist eine Funktion, ein Konzept ausarbeiten ist eine andere Funktion. Und Managing, einen Laden Managing, Business Administration ist nochmal eine andere Funktion. So, und Arbeitszeit. Wir sind in der Hocharbeitzeiten in der Gesellschaft. Das hat das Thema Unternehmertum noch nicht so richtig erreicht. Wir sind zurückgezahlt, das ist das Thema, das Wort Unternehmertum verwende ich nicht. Das klingt so, wir werden alle von Herrn von Mittelstandsvereinigung oder so. Das klingt eigentlich auch, wo wir neue Ideen und Dinge umsetzen. Also, wir müssen es nicht so machen. Ich glaube, gute Gründe und gute Verfahren umzutreten. Wenn Sie sagen, gut, wenn 20% scheitern ist, dann ist das immer noch viel. Aber das muss ich nicht sagen. Eine ganz wichtige Sache. Wir haben in Deutschland eine Tradition, die sagt, Technologie, unsere Zukunft, die Thema der Technologie. Das scheint nach vorne gewichtet, ist es aber in Wirklichkeit in die Vergangenheit möglich. Es ist richtig, dass Deutschland eine große Vergangenheit hat und in vielen Technologiebereichen bis so vielleicht in die 60er, 70er Jahre führen kann. Ruhlbergbau, Stahlbau, Werften, Detektorindustrie, chemische Industrie, Automobilbau. Ich kann eine ganze Menge nennen, die in einer Zeit, wo Industrialisierung sich im Wesentlichen und Mitteleuropa, muss man vielleicht noch ein bisschen in Japan abspiegeln, war das so eher konkurrenzlos. Man konnte glauben, dass man auf Dauer damit durchkommt. Ich glaube, das wollte ich auch gut werden, vor allem, wenn Sie in Asien sind, Universitäten sind. Da wird nicht sehr viel besser ausgestattet. Die Familien unterstützen das Studium in einer ganz anderen Weise, auch in einer gewissen Weise, also auf erfolgte Studiums hin. Sie haben natürlich hochrangige Universitäten, nicht nur in den USA und bei uns, sondern auch in vielen anderen Schädten, auf der ganzen Welt. Technologie ist nicht mehr allein unter da. Und beim Entrepreneurship kommt man schon gar nicht so sehr auf Technologie, da scheint wieder schon zu reden. Aber es ist so, Sie können eine hervorragende Technologie haben. Sie können den Nobelpreis dafür bekommen haben. Sie können damit in Ihrer Disziplin eine herausragende Leistung erzielt haben. Ob Sie damit am Markt erfolgreich sind, ist eine radikal andere Frage. Das hat nichts miteinander zu tun. Diese Florianer Diefenbord, die hatten wir kürzlich zu Besuch, MIT, MIGALEV, eines der gründeren Sachen, die wir schon haben, und da steht ungefähr 25 Jahre arbeitend, also viele Erfahrungen dahinter. Und MIT hat wahrscheinlich die ingenieurwissenschaftliche Einrichtung, die der beste Beruf hat auf der ganzen Welt. Sie sagt, wir haben Fehler gemacht. Wir haben mal über Technologie besessen. Wir glauben, wir haben die beste Technologie. Wahrscheinlich hatten wir sie auch. Technologisch waren wir hervorragend. Aber auch an MIT, sagt sie, 80% sind gescheitert. Und von der Lippe bis 20% sind wiederum etwa 20% die wirklich dann bekannt und groß worden sind. Und der Rest macht so sehr, die liegen aber nicht unermesslich erfolgreich. Also auch da relativ schlechtes Ergebnis. Anfallende Institutionen wie MIT. Also der entscheidende Punkt für Erfolge im Entrepreneurship ist der Markt, ist der Erfolge im Markt und nicht die Brillanz der Technologie. Das sage ich deswegen, weil Deutschland bekannt ist für Overengineering und für Brillanz und also überreife Konzepte, die sich vor allem technisch koordinieren, aber weniger von den Nutzern, die er gedacht sind. Also selbst an MIT diese schlechte Statistik. Das heißt, wir müssen auf den Markt achten. Ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass das unternehmerische Konzept das ausschlaggebend ist. Der politische Kopfschläge Kapital. Guten Konzepten läuft das Kapital auf den Dänken. Wenn wir jemanden haben in unserem Umfeld, der was Gutes erarbeitet hat oder der Zähnungsruf kommt, haben wir eine kleine Telefonkonferenz für Halbungsstunde und der Familie hat Hilfe beim Online-Marketing. Er macht die Business Administration. Dann hat er noch zwei Reihenfolge und so beteiligen wir uns. Das Kapital ist überhaupt nicht irgendwas, eher noch diese Funktion, die wir dann einbauen. Und es gibt inzwischen eine Menge Gründer, die den Erfolg gegründet haben, ein Stück weit Vermögen angehäuft haben und dann als Business Angel da zurück zu stehen. Das ist eine viel bessere Voraussetzung, als sie zur Bank zu schicken. Wenn Sie ein besonders schräges, originelles, jedenfalls neues Konzept haben, sind Sie bei Banken, die naturgemäß mehr vorsichtig sind, noch jemand vorgehoffen hat, zu wenig vorsichtig gewesen zu sein. Und diese Finanzkrise kommt davor. Das sind eigentlich relativ schlechte Partner. Und die Fördermittel darf man auch nicht überschätzen. Fördermittel sind schön und gut, die kann man mitnehmen. Aber sie entscheiden nicht über den Erfolg des Unternehmens. Ob Sie da 5 oder 10 oder 20.000 Euro bekommen haben, der Finanzierung entscheidet nicht über den Erfolg, sondern über den Erfolg entscheidet das Konzept und die Marktauglichkeit dieses Konzeptes. Und deswegen kommt es auch an, sich damit zu beschäftigen. Ich nenne das ein Reih-Design. Erstmal sind gute Konzepte immer mehr als nur Geschäfte. Da steht immer mehr drin, als nur ein Geschäft zu machen. Wenn Sie Business nur um das Business werden, machen Sie das auch in Sinne von Business-Business-Business. Oder ein enges oder unvollkommenes Business. Sie müssen schon ein bisschen mehr mit den Werten der Gesellschaft zu tun haben, mit den Dingen, die im Markt in der Rolle spielen, die die Menschen bewegen, damit muss das zu tun haben. Dann ist es gut. Deswegen der Begriff Design. Design hat in der Tradition immer eine Idee zum Markt, zum Nutzer. In der Lage entwerfen, dann überlegt, wie der Nutzer sie verwendet. Ich habe häufig in der Sprechstunde Leute, die sagen, in der Pfalz und die große Idee, wollen Sie nicht beteiligen, genialen Ideen. Aber zum Beispiel ein oberägyptisches Restaurant gibt es in Berlin. Es gibt so vielfältige egyptische Restaurants, aber noch kein oberägyptisches Restaurant. Luxor ist noch kein Lux. Das Essen, haben Sie meine Grünen gegessen. Einfach fantastisch. Und dann denke ich, oberägyptisches Restaurant, so eine Ausstattung heute eines Restaurants, mindestens 100.000 Euro, 400.000 Euro. Und dann haben Sie da alles angeschafft. Und ja, kommen die Leute in dieses oberägyptische Restaurant. Der Entrepreneur ist begeistert und sich in seine Liebe liebt hat, wie viele Erfinder auch. Aber kommen die Leute wirklich? Und wenn der einen Menschen bei mir in der Burg hat, hat ein Restaurant eröffnet, alles Gusser, selber Gusser-Koch, ganz neue Einrichtung, als Berliner Einrichtung, fantastisch. Und dann haben Sie das Lokal aufgemacht. Dann waren alle fertig. Und der Koch stand da, die Bedienungsstand da. Und das Lokal war wunderbar, ein bisschen Wandelstraße in Berlin. Und dann haben Sie auf die Gäste gewartet. Und ich glaube, jetzt kommen die Ströme. Und der erste Abend, null Gäste. Null. Null. Ich wollte sagen, haben Sie das Marketing vergessen? Es gibt hunderte von Restaurants. Warum soll ein oberägyptisches Restaurant diese, der Renner sagt? Kann sein. Kann sein, ich weiß nicht. Wenn wir nie ein Bild über ein Unterhalt werden, so kann. Es kann sein, das kann man auch völlig daneben sagen. Sie können genauso gut in ein Spielcasino gehen und 200.000 Euro in die Hand nehmen und auf die Zahl 17 setzen. Und wenn Sie Glück haben, ist das ein Vollverfahrt. Aber in der Regel ist es das nicht. Also diese Art von Gründen, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Und ich habe eine geniale Technologie. Und natürlich wird sich das am Markt durchsetzen. Und es ist ungefähr so, dass gehen Sie sich quasi nur und setzen auf irgendwas und beten, dass das auch da. Und die 80% haben natürlich damit zu tun, dass die Leute geglaubt haben, sie in ihre Idee verliebt haben. Und ich sorgfältig, mag Recherchen machen. Ich sorgfältig, wenn ich den U-Fur-Franzen versuchte habe. Was mache ich mit so jemandem, der kommt und sagt, obergyptisches Restaurant? Ich sage, das ist überhaupt nichts. Wenn Sie glauben, dass Sie gerade nicht los sind, und das ist eine fantastische Idee, sage ich Ihnen ungefähr null. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist, die Idee zu öffnen. Die Idee, die Anfangsidee ist, die ein Einfall ist, zu öffnen. Was heißt das? Ich fahre zum Beispiel wieder auf Oberhüttenhoff. Die Idee sollte auch stimmig sein zur Person. Die Idee ist natürlich viel überzeugender, wenn die Person da nicht versteckt. Und wenn die Person noch irgendwie stimmig ist zu dem, was da das Konzept vorgebracht hat. Also fahre ich wieder auf Oberhüttenhoff. Da gibt es verschiedene Antworten. Da war mal dort und war das toll. Dann sage ich, warum überlegen Sie mich, was in Oberhütten zu machen? Oder er sagt, ich koche gerne. Wo sage ich? Warum machen Sie mich, was Sie kochen? Das sind die dafür in Oberhüttenhoff-Restaurant und diese Risiken dahin. Oder er sagt, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Wo sage ich? Das ist nur ein bisschen mehr. Aber ist ein Restaurant gut, wenn ich mit Menschen zusammen sein will? Ist es nicht so, dass ich da eher Ärger kriege und die Beschwerden, an der zwei Jahre antwortet, von der Chef und meinen Angestellten? Weil ich sage, Sichtachsen anbinden. Sichtachsen anbinden. Also je mehr die Erfahrungen bei diesen scheinbar Gründer oder ganz am Anfang stehenden Gründer, desto eher kann ich Spanisch-Fahrer sein und sagen, wenn Sie die kippische Geschichte faszinieren, machen Sie mal etwas über die kippische Geschichte. Arbeiten Sie mit dem Museum zusammen, machen Sie einen Film. Machen Sie mal Ausgrabungen mit, oder beschreiben Sie Ausgrabungen mit. Also gucken, was war denn die Energie, was war denn das, was den Gründer sozusagen gelegt hat, in so eine Richtung zu kommen. Oder es ist eigentlich nicht kochen, oder es ist nicht mehr ein Stück. Also Sichtachsen anbinden und was hat denn so geschäftigt? Und andere Rüsen, wenn es um Geschichte geht. Was kann ich mit Geschichte machen? Was sind der Märkte gerade? Wie muss das denn? Offen ist, du, da kann viele reden gehen und aus Geschichte, die mich interessiert, etwas machen. Ich sage immer, die Modeleute schaffen es, die Marketingleute schaffen es, aus einer Handtasche, aus einem Stück Kunststoff bedruckt, ein Objekt deputiertes zu machen, aus Null. Ein bisschen Kunststoff oder Baumwolle bedruckt. Und andere Lehrer schaffen es, aus einem Stück Geschichte, ein Lernstoff zu machen, wo die Kinder wegschlafen und gucken, dass sie sich abholen. Also da würde ich mal gerne diese Leute, die es schaffen, aus einem Stück Kunststoff etwas zu machen, Geschichte lehren lassen und die anderen mal gucken, dass sie mal in so eine Situation bringen, wo sie aus nichts, und von Runderscheid heißt, aus nichts etwas machen. Idee eröffnen, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, ich habe ein Kinder-Aus-Konzept, sondern ich habe meistens den Anfangs-Idee, ich habe den Anfang. Und aus diesem Ding, aus dieser Anfangs-Geschichte, muss ich über IT-Development, IT-Refinement, überhaupt erst ein unterhängisches Konzept machen. Prüfen Sie Ihre eigenen Sachen, ob das nicht Einfälle sind, ob das nicht Anfangs-Gegeben sind. Und gerade wenn Sie sie für genial halten, ist die Gefahr groß, dass Sie sich in einem Einfall verliebt haben. Und eine Idee, ein gutes Design muss noch mehr. Es muss sogar so schwierig sein. Authentizität, ich sage es später. Und es sollte auch zur Gesellschaft passen. Sie können mit den Werten der Gesellschaft operieren und gegen Sie. Und ich sage Ihnen, es ist besser, mit den Werten zu gehen und nicht gegen die Werten. Und zumindest in Berlin hat der FU ja eine lange so marxistische Geschichte erkennt es dann über Leute, die sagen, ja, aber es setzen sich doch nur die rücksichtslosen Leute, die erfolgreichen Unternehmer. Das sind doch so, gerade Betrüger, aber so die rücksichtslosen. Ich hatte ein Studenten, die sagte, ist schon überzeugend, was Sie da sagen. Stimmt ja eigentlich. Aber dann werde ich ja auch so einschmeilen. Ich sage, bitte, wieso werden Sie denn einschmeilen? Na ja, dann werden wir auch so einschmeilen, und das rücksichtslose ist doch klar. Ich sage, was ist denn klar? Na ja, ist doch klar, dass ein Unternehmer nur dann erfolgreich ist, wenn er rücksichtslos ist, wenn er ein Stück weit hemmungsloser ist wie die anderen, und ein Stück weit skrugloser ist. Das wären die erfolgreiche Unternehmer. Dann habe ich sie übernacht gedacht, kenne ich irgendein großes Unternehmen, was durch rücksichtslosigkeit und skruglosigkeit erfolgreich geworden ist? Gut, Rockefeller hat sich so groß in 1908, wie der, die da kein Vornehmens, der mit Eulen, das war schon, da hat man dann die Antitrustgesetzgebung der Runden gesetzt und den Rockefeller auch etwas an die Bürger genommen hat. Ist es so, dass man durch Dricks und durch Betrug erfolgreich werden kann? Für mich war das Beispiel Pferdehandel, das war ein Gehirn, die Mosttäuscher sind gestanden in der Begriff, also zum Beispiel, wenn man ein Pferd trotz von ihm verkauft, die Holzwolle fittert, dann sieht das sehr gut aus. Das kriegte mit den guten Staturen für ein paar Stunden, die ist dem Pferd richtig gut. Wenn ich Ihnen also so ein Pferd verkaufe, und Sie werden später natürlich, dass Sie da betrugen wollen, was passiert? Sie werden sagen, von dem Fall, Sie bin nie mehr ein Pferd. Und Sie werden Ihren Bekannten sagen, ich warne euch, wenn da einer kommt, und er sieht so ähnlich aus, sei ganz vorsichtig und besser kauf nicht. Sie haben eine gute Chance, betrugen zu werden. Das heißt, ich habe einmal ein Pferd im hohen Gewinn verkauft. Ich muss jetzt aber, um ein zweites Pferd zu verkaufen, weit weg gehen, möglichst, dass der Ruf, den ich da erworben habe, nicht bis dorthin drehen, dass schon im Zeitalter das Internet hier spielte ist. Und dort kann ich wieder ein Pferd verkaufen mit hohem Pferd, aber dann muss ich wieder den Ort wechseln und wieder neu anfangen. Ich sage Ihnen, das ist vielleicht eine Karriere als Kleingauber, das ist aber nicht erfolgreich, so etwas zu bedürfen. Damit wären Sie nicht reich. Jedenfalls im Rekord, haben Sie damit überhaupt keine Chance, reich zu werden, sondern Sie haben relativ umständlich die Art, die viel besser an, als Kunden zu arbeiten, die sagen, bei Freitag müsst ihr kaufen. Das ist toll. Dann haben Sie eine ganz andere Chance, wirklich zu den Zeiten erfolgreich zu sein und auf diesen Customers, die Sie haben, als Botschafter aufzubauen, wie war das Marketing-Kont. Dadurch erfolgreich zu werden. Also ich glaube nicht, dass es Umsichtslosigkeit ist, dass es Kundenlosigkeit ist. Das ist im Zeitalter von Warenvergleich, im Zeitalter von Internet- und Vergleichsplattformen, noch viel schwieriger als für mich. Was ist die Chance? Ich behaupte, Sie können das Gewinnloser der Notarie systematisch, betracht auf systematisch, erarbeiten. Das heißt, wenn Sie an einem Konzept so lange arbeiten, dass es marktautig wird, das sind die gute Chancen, damit viel Geld zu verdienen. Also gewinnlos, immer mal eine Million Euro. Das ist ja etwas, das sich im normalen Leben, über ein normales Verdienst, selbst als Fähnter, nur schwer erreichen. Kleine Geschichte dazu. Ich hatte ja jetzt schon gedacht, in der Sprechstunde, und der redete über irgendwas, und dann fragte der, klar, Unternehmen, der will auch, wie ich das nehme. Aber ich habe schon wieder verkauft. Ich sagte, oh, das ist eine spannende Geschichte, erzählte mal. Er erzählte gerade in Italien, und auf irgendeinem Bauernhof, und die Gäste fanden, dass das im Lieblumen wird gut sein, und kaufte da für den Bauern eine Lübenülle ab, die nicht besonders teuer sind. Er zeigte ja, wie was sind die Fähigkeiten für die Sache? Und dann haben wir auch Panik, und hat die seinen Familienleuten und Bekannten und Freunden angebogen, und dann haben wir dieses Lübenülle besser als das oder was wir da kaufen, im Laden. Und dann hat er angefangen, danach zu bestellen, und ich weiß, wie ist denn das gemacht? Nicht viel, und dann sage ich, das haben sie verkauft, ja, was ist verkauft. An denen den Engelmann, oh, was haben sie denn dafür, die Gäste waren? 30.000 Euro. Für fast nichts. Warum? Der Unternehmenswert wächst sehr viel schneller als in die ersten Beginnen. Er hat den Kurkenstamm, die überzeugt sind, und Engelmann hat diesen Kurkenstamm gekauft und bezahlt auch die Hände dafür. Ist nicht so aus der Reihe. Also lange bevor sie große Gewinne machen, sind sie an den Internetfremden aus. Lange bevor sie großen Gewinn machen, entstehen dann Unternehmenswerten. Und wenn sie nicht zu den 80% gehörten Bescheid werden, sondern zu den wenigen, die da erfolgreich sind, dann haben sie auch relativ fast, um Unternehmenswerten. Ich sage das auch so, ich weiß ja, so ein bisschen die Vorstellungskraft sprengt, der Menschen wie immer. Aber der Grund soll, E-Po, der hat einen 50 Mitarbeiter, eines von ungefähr 30 Unternehmen, die er selber aufgebaut hat, wo er in der Nähe beteiligt ist. Das zeigt schon Arbeitsteilung, sie können nicht 30 Unternehmen leiden. Sie landen in der Klappselnüge. Schon nach dem 5. oder 6. und meistens schon nach dem 1. Sie müssen eigentlich etwas machen, was ganz anders ist. Sie müssen halt das Thema anders sagen. Aber dieser neue Grundsumultivigionär, allein mit dem E-Büro, zweistelligen Befrag, also zweistellige Größenordnung, von Unternehmenswert, ist natürlich etwas, das als Student, ich habe keine Zahlen, ich glaube, der macht so, aber natürlich nicht. Also sie können relativ schnell mit einem Vorrangkonzept einen Unternehmenswert. Und das hat sich auch nicht und sehr gut gehalten. Das ist gewinnlos, eine moderne systematische Arbeit. Ich habe vorhin gesagt, die Sichtachsen angehen, die systematisch an der Idee arbeiten. Es gibt auch eine andere Art von Vorgehensweisen, Funktion statt Kondition. Vorhanden ist neu kombiniert. Der Fehler, den viele machen, ist, dass sie glauben, sie müssen was völlig Neues finden. Das ist schwer. Und da kommen so Dinge raus, da brauchen sie ja mit einem Eingang, oder dem Handy, oder so zu sagen. Versuchen sie nicht, was völlig Neues zu finden, sondern nehmen sie etwas Bekanntes, ich habe die, und sie sind dabei. Okay. Und machen sie da was aus. Mehrfach kürzen. Wir haben ja eine Gesellschaft, die so arbeitsteilend ist, dass jeder seine eigene Räume hat. Der Rechtsanwalt hat seine eigene Räume, das Theater hat seine eigene Räume, die Kirche, das Restaurant hat eigene Räume, jeder hat eigene Räume und nutzt sie den bestimmten Tag. Und meistens nutzt er sie ein paar Stunden am Tag. Und manchmal auch immer Morgen oder Sport stehen. Mehrfach nutzen. Dinge. Die Natur macht nur mehr Fakten und so. Sie finden keine einzige Funktion in der Natur, die sozusagen den eigenen Baustein hat, sondern in der Quasal für uns beispielsweise mindestens sechs Funktionen. Also ein bisschen aus der Natur. Einfaches Beispiel, ein Beckenhaus, wenn ich ein Beckenhaus hätte, dann würde ich es als allererstes natürlich auch nachts anbieten, als Hotel. Und sage, entweder schlafen wir mal, oder wenn man tatsächlich sie da wollen, oder ich habe doppelte Einnahmen, weil ich das Ding doppelt nütze. Die Becken sind ja schon da und das neue Bettung oder so der Überzug, das kann ja nicht so teuer sein. Also intelligente Mehrfachnutzung. Wir können uns diesen Spiel von der Ökonomie, den wir jetzt haben, sowieso nicht mehr lange leisten. Da fährst du schon mal vom Ausgang zurück. Zentralheizung, können Sie vergessen. Ich sage immer, Zentralheizung wird etwas sein, was in spätestens zehn Jahren einfach nicht mehr bezahlen bleibt. Wir müssen uns darauf einrichten, dass es irrsinnig ist, ökologisch einen Raum, die Raumluft zu heizen, wenn es eigentlich so geht, dass wir Raum machen. Und dann wissen wir auch, dass die Raumluft da oben und da unten geht. Und wir versuchen, die Raumluft zu heizen. Das ist einfach eine ökologische Verschwendung, das im Prinzip nicht mehr bezahlen muss. Die gute Methode ist, ein Problem zu nehmen und es umzureden. Und da was was tun soll. Einfaches Beispiel, wenn es anfängt zu regnen, ärgert sich die meisten Leute eine Kontrolle, würde in dem Moment versuchen, reißwelle Regenschirme zu haben und sich vielleicht einen Ausgang in das Kaufhaus ausstellen und diese Regenschirme verkaufen, im Moment, wo sie gebrauchen. Also, das wäre jetzt alles ein Thema, sozusagen, für einen Workshop, aber ich weiß es einfach. Und wenn wir designen, ist mehr als eine Technologie. Das ist die ganze Menge. Wenn Sie einen Markt denken, muss man zusammenkommen. Und es ist auch nicht mit dem Einfall oder wie Sie über die Ideen nachdenken, über die Ideenversuche einen zusammengetan. Es ist ein Stück dieser Abkunftsbereich, dieses Menschen, das nach. Also, denken Sie da dann von der Anfangsidee bis zum fertigen Konzept ist ein ganz schöner Ding. und so ein Gesamtkunstwerk hat ein paar Dimensionen, natürlich, ökologisch muss ich nicht sein, man tut gut daran, wenn es auch ökologisch ist, wenn es nicht so als kundig ist, wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, zu einem guten Design gehört, dass das Marketing fast nie von selber passiert. Wenn Sie alles gemacht haben und dann sagen, so jetzt müssen Sie Marketing machen und Sie versuchen sich in diesem Feuerwerk von Marketing, das da taglich stattfindet, zu präsentieren, haben Sie als Bürger noch keinen Schatz, dann kann ich das Geld so etwas tun machen. Sie sind in einem Programm die Feuerwerk der anderen und wenn Sie Glück haben, und dann schiebst Sie sie mit so einer Historie dreimal und wenn Sie sehr gut waren, dreht sich die Leute nach hinten um und sagen, was war das denn? Und im nächsten Moment dreht sich alles wieder zurück und guckt die super jahrelten Feuerwerk dieser Werbeagentur zu und der Fernsehwerbung, die sich als Ründer nicht leisten können. Also Sie müssen etwas haben, was von sich aus schon auffällt, was schon von der Idee her so neu ist und vielleicht auch so schräg ist, so Vorteil, wenn es schräg ist, dass Sie in den Medien vorkommen, also Sie müssen in den Medien aufgegriffen werden und in den Redaktionen teile geschafft, vor dem, dass Siemens oder Kuhn kaum, die müssen also bezahlen, wenn Sie Werbung machen und da, wenn man Glück hat und gut ist, kann man das so machen, dass man von selber auffällt. Und so ein Design braucht eine ganze Menge. Sie brauchen immer einen Vorteil. Das würde ich nicht ergeben. Wenn Sie das machen, was alle anderen machen, tun Sie keinen Gefallen und würden Sie nicht. Sie gehören fast mit Sicherheit zu den 80 Prozent. Warum? Die anderen haben schon Kunden. Die haben schon die Anfängerfehler hinter sich. Die haben Rücklagen gebildet. Die haben die Sie Berufserfahrung. Und da treten Sie gegen einen fast aussichtslos. Also Sie müssen schon einen Marktverteil haben. Und das heißt, der klare Marktverteil ist hier auch nicht. Wir müssen einen klaren Marktverteil haben, wenn Sie eine Chance haben, zu den 20 Prozent zu gehören. und Sie müssen überlegen, wie Sie mit Imitatoren haben. Es ist ziemlich sicher, dass Sie dann, wenn Sie erfolgreich sind, Imitatoren haben. Wenn Sie nicht erfolgreich sind, dann können Sie Aber wenn Sie erfolgreich sind, dann kriegen Sie die Imitatoren. Sie müssen also überlegen, was Sie da tun, weil es Imitatoren gibt, die aus der zweiten Reihe kommen, die gut aufgestellt sind. in der Kaufhauskette, die in der Klinik-Vertriebssystem schon stehen hat. Sie machen mit was, die greifen das auf, und Sie eigentlich schon verloren. Sie müssen gucken, wie kann ich, wissend, dass Imitatoren kommen, damit umgehen. Beim Namen, bei der Art des Auftritts, möglichst mit einer Person verbinden, so dass Imitatoren nicht so große Chance haben. Wenn Sie nicht fragen, für Marketing, den würde ich den Nobelpreis geben. Wenn ich keine Sekunde zugehe, dann würde ich gegen einen Kalager verletzen. Warum? Weil er aus eigentlich nichts eine Weltmarke gemacht hat. Zu seiner Zeit keinen Zopf zu haben, war was Besonderes. Das tat niemandem richtig eh, aber es war so, dass es ausfiel. Als Mann hat man gefälligst, keinen Zopf zu haben. Damals kostet ein Zopf irgendwas, ich glaube, das kostet nicht viel. Und dann hat er auch noch diese Fächer, das er veröffentlicht. Als Mann macht er so mit den Fächern, also das soll der wirklich aufhören. Wenn es Kundenbefragen macht, wenn er Kundenbefragen geht, ist ein Kalagerverkehr. So, kann man es mal nicht sagen, Fächer auch nicht. Er hat mit ganz Gewinn verstößt, gegen die Kultur, Mentalität seiner Zeit etwas gemacht, was authentisch ist. Sie können Lagerfeld nachmachen, Sie können auch das aufzeigen und würden mit den Fächer rumlaufen, der würde nachher so klein ein bisschen gucken, aber Sie haben keine Chance, gegen Karl Lagerfeld anzugehen, weil er authentisch ist, weil er sich nicht ausgedacht als Marktlinke, der ist ein bisschen so schnell. Und seine schmottliche Art und so, die Journalisten wissen, wenn sie ihn kriegen, so im Interview gucken die Leute hin. Und das können sie schlecht imitieren. Also, sie brauchen etwas, was zu ihnen passt, dieses ist, die unternehmerische Regierung schwierig sein zur Person, das gut sein. Also, das war der Punkt, die die mit der Frau. Und sie mit Technologie zu tun hat, wie kann ich mich schützen, dass das veraltet, natürlich wird es verhalten, die Technologie wird es sogar sehr schnell verhalten. Was mache ich, um dem zu begegnen? Bin ich in der Forschung so unaufgestellt, dass ich beobachten kann, wo was Neues steht? Und bin ich so flexibel, dass ich das halte über Bordwerfer und auf das Neue muss ich wirklich so aufstellen, dass ich wirklich nicht produziere, sondern von dem das kaufe, damit ich dann mit einem neues Produkt, von der Restos Produkt, da kaufe. Und nicht den Fehler nachher, zu investieren, in die eigene Produktion zu investieren, und dann kommt technologische Obsoleszenz und das Zweck. Und das gleiche geht, da ist auch ökologisch. Sie können wunderbar das hinbauen, haben alle anderen zusammen im Griff, und dann stellt das jemand in China zu den 10 in der Löhne und importiert das hier in Deutschland und dann sind sie weg vom Platz. Aber auch das ist noch nicht gut. Finanzierung. Die meisten finden es toll, wenn sie viel Geld einwerben. Ich komme immer mehr zu dagegen, dass er schlecht ist. Besser man mir tun, die wäre so lange zu tüfteln, bis ich weniger Finanzierungsaufwand brauche, dass ich so viel weglasse, bei Komponenten näher stellen lasse, dass ich selber einen finanzierenden Finanzierungsbedarf habe. Erstens bin ich dann schneller, weil ich nicht so hoch rumlaufen muss und dafür Finanzierung werden muss. Zweitens bin ich wenig abhängig. Je teurer die Investitionssumme ist, je höher die ist, desto mehr sind natürlich abhängig. Es ist schlimmer, als Gründer angestellt zu sein, als Ziele, Markkontals Ziel, Mitigitäts Ziel, Gewinn Ziel, dann müssen Sie strampeln, der hat es doch alle gewisse Ziele zu erreichen. Ich sage noch, ein bisschen überschließt, ist Venture Kapital, ich gebe Ihnen eine Million zu Raten, Vorausgesetzt, dass Sie zwei Millionen verdienen. Dann gebe ich Ihnen die Million, aber das Unternehmen werden mehr halt nicht viel. Jetzt müssen Sie spannen, wenn Sie die Millionen kriegen, dann können Sie den Enkel später zählen, sind alle Gründer, also relativ schlechtes Leben. Das Meiste der Gründer ging an die Kapital gehen, auch mit sie mussten wirklich hart arbeiten und diese ganzen Ziele zu erreichen. Besser ist es, so lange zu tüftlich, dass der Kapitalaufwand ganz gering ist und Sie so viel Anteil im eigenen Unternehmen haben, dass auch wenn Sie was abgeben, Sie nie unter die 50 Prozent fahren. Noch was fehlt, nicht hinterher, wenn alles sagen, jetzt muss ich Marketing machen, und so ich mir so ein Werbebüro und fragt die beiden das geht, denn es muss Teil ihres Design sein. Von Anfang an muss die Überlegung sein, vom ersten Moment an, wie schaffe ich es, was muss ich machen, damit Kunden auf mich aufmerksam werden. Ich rede nicht mehr von Werbung, ich rede auch von Marketing oder ich rede von der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Wie kriege ich mit geringen Mitteln, die meisten Bürger haben wenig Geld am Anfang zur Verfügung, wie kriege ich mit geringen Mitteln Aufmerksam sein. Das muss von Anfang an sein. Und für die, die wirklich gut sein wollen, die hätten noch ein paar andere Sachen, skalierbar gehabt. Wenn Sie alles selber machen, muss ich ja noch schon klar, es ist nicht skalierbar. Und als Selbstständiger die Wesen mit ihrer Arbeitsleistung Geld verdienen, reden Sie bitte nicht über Unterschied. Sagen Sie sich, ein armes Schweiger, ich bin ein Selbstständiger, der so was Sturtenlohn verdient. Und wenn ich sehr gut bin, kann ich vielleicht eine hohen Sturtenlohn, dann kriegen 10 oder 20 oder 40 Euro, dann bekommen die Zukunft. Das ist vielleicht ein freier Beruf, Rechtsanwalt oder Gutes, Skalierbar. Denken Sie weil wir da gehen, es ist skalierbar. Einfachheit, der Feind des Gründers ist Komplexität. Warum? Weil Fehler entstehen, weil sie eben neu sind und diese Fehler, weil sie auch von Ihnen hergezogen werden. Weil Fehler gefährlich sind, kostet, dann Sie den Mut weiten, das ist auch gleich. Also Komplexität ist etwas, was Ihnen auch gesehen schwer. Weil alles bei Ihnen da auf dem Schäft geschlagen. Sie müssen es so einfach machen, um Altaffen Beschäftigten zu fällen. Den Fehler der unmotivierten Angestellten, die Gründer Mannschaft ist meist noch oft aufgeschrieben und an Angestellten die mehr an den Feierabend denken, an ihre Familie und an den Sportverein und so und lustlos an die Sachen angehen. Was ich Gründer gar nicht vorstelle, die fallen wie aus der Leben raus, ich denke, jetzt ist die rechte Welt zusammen, wenn Sie sehen, wie mit ihren Ideen umgegangen wird, aber die Realität ist so, dieses ganze deutsche Denken, Arbeitsrecht, Arbeitsrecht und solche Dinge schützt den Arbeitnehmer. Als Selbstständigen oder als Entrepreneur schützt sie niemand. Da sind sie eher so ein bisschen verrechnlich. Wenn ich als Hochschule ein ordentliches Gehalt rausnehme, das ist wunderbar, sagt nein, nein. Wenn ich ein Gerät mache, als Unternehmungsverdicht, also Profit, das kann nicht gut sein. Wenn ich nach Profit sortierte Gesellschaft und nach Profit organisierte, das kann nicht gut sein. nennen sie so staatliche Geld, dann Festgeld, das ist toll, das ist gut sein. Da greift man sich an den Kopf, ist aber eine Mentalität, die so in der mitteleuropäischen Kultur auf das Mittelalter zurückgeht. Das Zentrum des Lebens war der Hof, war der Königshof, war der Fürstelhof. Und da gab es Hochbezahlung der Angestellte, die waren das Wert, die waren hochrangig sind. Und da gab es die Grämer, Grämersee, Juden meistens. Und wenn wir Geld verleihert, finsteres Fonds. Also das Edle war, am Fürstenhof zu sein und von dem Fürsten installiert und bezahlt zu werden. Das ist bis heute noch. Der Staatsverhandel zählt sehr viel mehr als der Unternehmer. Wer die Steuern hereinbringt, wer die Export überschritten macht, das ist ja irgendwie auch komisch, aber der Staatsverhandel ist so die Erfahrein einem Unternehmer und dann kostet den. Die Studenten von mir, die sich am nachhaltigsten diesem Unternehmerischen erziehen, sind Kinder aus selbstständigen Haushalten. Ganz deutlich. Ich sage, das halte ich, was sie zu sagen, ja, ich bin nicht gegen argumentiert, aber mich kriegen sie nicht. Ich weiß, was das ist. Also immer die Sorgen, ob das Geschäft in Hinten abwärts, immer der Ärger über das Personal, die Wut auf die Gewerkschaft, die Wut auf den Staat, auf die ganzen Regulierungen, auf die Steuerzahlen, die Angst im Nachkund, dass der Bankkritik nicht zurückbezahlt werden kann, oder die Bankkündig, Silvester kaputt, weil die Angst vor der Inventur, was geht wieder, was sich gelaufen wollten, sagt, das habe ich gelebt, das will ich auf gar keinen Fall, aber das auf gar keinen Fall. Also es wird Selbstständigkeit, was da realistisch da gelegt ist und realistisch erfahren wurde, wird gleichgesetzt mit Autonomisch gelegt. Also Einfachheit und Risiken Verlag. Wenn Sie einen finden, der sagt, das finden es häufig vor allem unter Politikern, Leute, die nicht gewöhnt haben, wenn die sagen, wir brauchen ja junge Leute, die Risiken eingehen, bleiben sie höflich und machen sie so still im Kopf und Haken und sagen Jungen auf. Er hat sie verstanden. Richtig daran ist, dass sie sich in hochriskanten Gelände bedingt, viel scheitert. Und es gibt viele Gefahrenstellen, an denen man scheitern kann, absolut. Das heißt aber, das genaue Gegenteil, das heißt, dass sie Risiken vermeiden müssen, weil sie den gefährlichen Dekendenten aufbrennen. Wenn sie an der eigenen Nordwand sind, sollten sie sehr gut vorbereitet und viel vorher überlegt haben, weil ein einziger falscher Schritt gewesen sein kann. Wenn sie flach land sind, oder Lebenszeit Beamter sind, da können sie Risiken eingehen, da können sie einfallen, das ist nicht so viel, aber wenn sie alleine an Nordwand sind, sollten sie keine Risiken eingehen, das läuft aber rein, da dürfen sie keine Risiken eingehen, weil noch genügend Risiken übrig bleiben, die sie gar nicht beeinflussen können. Aber die, die sie beeinflussen können, ihre Ausrüstung, ihr zum Thema, dass wir leider gerade eine Geschichte haben, eine Kultur haben, die für Ordinary schon wenig geeignet ist. Wir eigentlich kulturellen Wechsel laufen, um auf Ordinary Gerichte vorzuhören. Und diese müssen vermeiden oder was zu tun mit, ich nenne es Tooth Concept. Also nicht investieren, ein bisschen brauchen wir immer 5.000 Euro, 10.000 Euro im Jahr und Arbeitszeit natürlich, aber nicht 100.000 oder etwas Verschuldung geben müssen. Selbst in den USA, 70% aller Gründerungen finanzieren sich aus den Reif's, Family, Friends, and Fool's, also den Bekannten, dieser Erlebnisse. Woher kommt das Fool's? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, es kommt von Mark Tränen. Er hat gesagt, your fool until you are your bekannte success. Your fool until you are in normal Fall so grün aus und dann ist erfolgreich und dann heißt es ja da ist das das ist der Anteil. Also jetzt haben wir die die Täter gegen was eigentlich so ein Kontrollen zu sein alles erfüllen ist. Und prompt Wissenschaft untersucht alles, das hat man auch untersucht. Es dauert. Ein Tier der Höhren braucht Zeit. Nicht da zehn Jahre bis dauert und bis zu 50.000 Chunks auf information müssen sie machen was er lobt. Also das zeigt ein gutes Konzept ist etwas sehr aufwendiges und sehr wertvolles. Und hat null zu tun mit dem Einfach ein kober hübsches Restaurant ist doch ein kleines Ding. Das macht was. Tee Kanteine haben Leute auf mich gewartet dass ich mit Tee handelekt nicht. Gab es einen Mann oder einen Tee auch? Gab es irgendetwas Aufregendes an Tee auch? Wie das ist ein Konservatives getan? Habe ich irgendetwas Neues erfunden? Aber was habe ich gemacht? Ich bin vielen Entwicklungsländern herumgekommen schon als Studierend und als Ökonom und Ökonom Ökonomie fand ich immer spannend. Ich habe ihn tolles geliebt. Und der Kale die und der Vortrag soll die Leute entscheiden oder die Schulte lesen oder schul waren das Thema nicht vorher muss ich so unter der Bank lesen. Tee wie alle anderen Produkte auch ist in den Ländern wo es erzeugt Börkerns Preis wird. Kaffee Tee Kleidung Banalen Zucker Meist was da produziert wird. Für unsere Welt sind wir extrem preiswert und bei uns ist es teuer und wenn man ökologisch ist, verstehe das gar nicht. Und mein Tee ist mir das auf der Tee am Tor der Plantage ist. Mein Kaffee ist das rüsten und malen und vakuum und verbacken. Das ist leistbar, aber immerhin müssen Sie erst mal dieses Rohprodukt weiter verredeln. Bei Tee ist es kein Tee, ich werde nichts mehr gemacht. Es ist so eine Kiste drin, ungefähr 40 Kilo, Sie kennen so Tee Kisten und das müssen Sie in Tüten abpacken. Kann ja nicht so schwer sein. Sondern dass in Tüten abpacken ist. war eine andere Mode, die nicht rein war. Bananen, müssen Sie im Kühlschiff haben, da wird so schnell das dann kaufen. Honig und das macht kein es Meist und Zucker und die anderen Sachen Kaffee, wie gesagt, ist immer nach Tee. Das ist mal so als Gedanke, das ist interessant, ich habe ein Fertigprodukt und das verteuert sich von der Plantage zum Kunden ungefähr an den Faktor 10. Denken Sie sich bergelt. Woran liegt das? Der Herzlichen Dank ist so diese Pfeffersäcke, diese Kaufleute, die scheinen sich schamlos zu bereiten. Dann gucken Sie so eine Bilanz in Kinkanne, tut sich nicht viel. Messen mal zwischen breitig oder Verkauf an Blut. Wie geht es den Tee denn benäht und so wenn es auch nicht klar oder Ja, wo schlägt das denn? Also auch manche in den Bedingungen des Gehaktes. Wenn Sie jetzt sehen, dass Sie heraus ist eine große Geschichte hinterher der Konvention. Die Konvention heißt Tee wird in Teelägen verkauft und ein guter Teeladen ist einer der große Auswahl hat, der ein breites Sortiment hat. Wenn Sie ein breites Sortiment haben und Tee hat schnell 150 200 Sorten das nicht automatisieren und die Kräuter Tee ist was verfallen ist. Wenn Sie so ein großes Sortiment haben, die kaufen Sie alle. Auf der Plantage lachen die über. Wenn Sie zwar eine Sorten haben und Sie haben 20 Kilo von jeder Sorte, das ist schon viel, also schon eine ziemlich große Lage. Sie können dann eine Plantage kaufen, weil Sie Mängen haben, die zugleich sind. Der Teehändler kauft einen Großhändler. Seine 5 bis 20 Kilo. Der Großhändler kauft einen Importeur, das war schon daneben, ungefähr 180 Kilo. Und der Importeur kauft einen Exporteur, Containerweise, ungefähr 8 Tonnen. In einem Container, wo der Exporteur nicht von der Plantage, sondern von der Tee-Auktion oder von Kommissionären inzwischen der Plantage und der Kulta dann hin und her an. Und dann wird klar, für Klienter, 1 Söhne, 30, 40%, der Großhändler im Marge von 5 bis 10 Prozent, der Exporteur, noch mal, der Exporteur, also da kommt schon bei viel zusammen. Also, wenn ich bei der Konvention bleibe und sage, ich verkaufe den Tee-Dee, und den Tee-Dee-Auktion muss ein breites Sortiment haben, dann kann ich nur das machen, was alle anderen machen, und dann mache ich es präsent. Kann ich anders vorgehen? Kann ich bei der Plantage einkaufen? Technisch ja. Es gibt aber Leute. Die können das. Also, ja, versuchen wir den Kontakt aufzunehmen. Bei der Party hatte ich einen der Mörder sich einen Sport kaufen, und hat alt. Will ich wissen, wie ist sie das? Was brauche ich denn, um diese Leute zu gewinnen, dass die für mich diesen Platz fort machen? Nein, ich freue mich, wenn sie einen Auftrag kriegen. Was kostet das denn? Das ist ein halbes Prozent von Wahlen wert. Warum nicht viel? Weiß man 10, 80 von der Plantage bist du mir als Kunde und dann für ein halbes Prozent für den Platz fort gesammelt? Aber es gibt eine A. Das A heißt, macht Hapag Leute was, wenn ich 20 Tüler bestelle. oder wenn ich eine Palette bestelle, da hinten die Freunde klar, die sagen, ein Container muss ich schon sein, um 8 Tonnen. Wenn 200 Tonnen mal 8, dann habe ich so ungefähr die hier würde vielleicht zu den Tonnet Tee bei passen, so Raum. Also 200 Tonnen mal 8 Tonnen, dann ist so ziemlich die komplette Hamburger Speicherstadt als Lager und vor allem ein Teller. Auch wenn Sie nicht BWL studieren, merken Sie sofort, das kann in sich retten. Was tun? Ist ja verlockend. Zwischenzeitlich herausgefunden, was muss ich denn wissen, damit Harald Leute das für den macht, ich meine, das war so ein Hafen, der Entwicklungsland, diese Land, und die das draußen, was so alles durcheinander geht, so Container, und ist denn der Container sauber, und wie bestellt man den Container, und welche Papiere bauen ich für den Zoll, und ein Fohlerlauf, das macht alles aber leuchtend, und die sind immer fünf da am Bahnwerk. Und ich brauche zwei Adressen, das einzige, was ich kriegen muss, das andere macht alles abdeutend, diese ganze Projektabwicklung macht abdeutend, zwei Adressen, aber bitte keine Privatadressen, sondern Lagerhäuser, ein Lagerhaus, wo der Tier abgeholt wird, mit modernen Technologien, Rampe, Gabelstapler, und LKI, und das gleiche wieder auch in Deutschland, ein Lagerhaus, keine Privatwohnung, wo man halt mit modernen Transporttechnologien da anlanden kann. Das war ja das, und nicht so spiel, aber war es toll. Also du kannten einen historischen Ort, ich habe es dann irgendwie hingekriegt, um sie runterzuhandeln auf zwei Tonnen, das war aber das Äußerste, also weitergegangen, zwei Tonnen die, zwei Sorte voll mit Tieren. Und das war eine Sorte, also ich habe von einer Sorte zwei Sorte mit Denkmann, was wird nichts. Das wird nichts. Ich habe eine einzige Sorte Tieren, und alle sagen, wo ist denn dein Sorte nennen, oder den gleichen Titel. Ich bin leider bei der Tische noch auf das Ansatz gestoßen. Es gibt noch ein zweites Element, das T teuer hat. Das sind die Kleinpacken. T damals, 85 hat in Angefliege, wurde in 100 Gramm Standard behandelt. Das ist teuer. Von den Etiketten und Verschluss geteilt. Ein Edikator raus was hat er kassieren. Toll. Eines Tages bin ich Kaffeetürker. Ich stelle ab und zu nach der STD. damals und bis heute bin ich eigentlich Kaffeetürker. Irgendwann hatte ich mal wieder meine Tüte in der Hand und Kaffee ist das Standard 500 Gramm. Da dachte ich, verdammt, Kaffee ist nicht eine Handtrag. Sie wissen Kaffee wagen und verpackt, wenn Sie da mal auf und zumachen und das stehen lassen, ist das auch weit. So drei Monate oder so höchstens ist es weg. T gilt gesetzlich, kann man drei Jahre lang verkaufen. T ist ziemlich unbefingend. Wenn Sie einigermaßen die Tüte zumachen, passiert, muss die Fahrkunden sein, also einigermaßen Luftaustausch, Tüte ist relativ fest. Können Sie lange verkaufen, braucht man auch schon mal lange verkaufen, zwei, drei, von der Tüte, schon mal viel können man lange verkaufen, wenn ich Bananen hatte, was viel zu verkaufen ist. Also, kann ich weggehen von der kleinen Wappen? Marketing Leute, ständig unbequemlich. Der Kunde will solche kleinen Wappen, in der Fall, die in der Trend ist zu 50 Gramm. Die Haushalte werden kleiner, die Kunden wollen Abwechslung, 50 Gramm. Der letzte Hint war so, aufladen, mit so kleinen Düschen, diese Flindlüschen, da waren 25 Gramm drin, immer mit Mediketen Verschluss drauf, das war der letzte Schreiben, also aufladen, mit so ganz viele Auswahl, Zündthemen, Weihnachtsthemen, 17. Themen, Jogi-Themen, also so Zeug. Kommen Sie eine Weile nicht weiter. Jetzt kommt jemand, der vom Thema nichts versteht, wenn er ehrlich ist. Und sagte ich den Hochschulehrer, die deutschen Hochschulehrer geht ja unbestimmt da rutsch voraus und ich habe überlebt, dass sinnvoll Realität in Großpackungen zu machen. Und außerdem habe ich nur eine Sorte und von die wie gesagt versteht wirklich das. Ich hätte mal vor, ich gehe zu den Banker und sage ich Bau Kapital. Ich erinnere mich doch genau, als dann der Team schon schwamm und das alles war ja zweimal in Indien gewesen und so weiter und da habe ich den Studenten am Anfang des Semesters gesagt ihr könnt jetzt teilnehmen wie so ein Unterreden hier die Kampagne Großpackung eine Sorte Tee großpacken ein Kilogramm drauf stand meine Studentin darauf so halb zu den paar Leuten hatte die Influencer sonst war meine Veranstaltung war vor aber hier war so halb zu den Studenten und halb zu mir und sagte die Mörke merkte nicht wie bescheuert der Typ ist eine Sorte Tee wie Potein Großpackung allerdings konnten wir den Tee zu einem Drittel des Passes irgendwann kam mir eine Sorte Tee ist natürlich unmöglich ich brauche aber am Tiefweiß nicht zu sparen der Tiefweiß spielt ja keine Rolle ist ein Zehntel dessen was es sonst im Laden ist aber ich brauche am Tiefpreis nicht zu sparen ich kann einen guten Tee kaufen kann sogar einen sehr guten Tee kaufen dann war meine Frage was ist eigentlich der beste Tee der Welt ist der Tee und in dem Tee wieder steigen ein Gebiet auf der Welt es nicht besonders hoch und es nicht besonders steil wenn ein Ausläufer ist nicht mal er hat eine intensive Sonneneinstrahlung es hat kalte Luft und es hat eine Winterpause es hat andere Dinge wie die 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 steil sonne kalte luft winterpause aber niedrige erträger und das ist super teuer nur mit Hand zu bearbeiten die Hänge sind so steil wenn die bayerische Hänge über den Kopf über runter so steil die man sich überhaupt unterhalten kann und dann auch noch arbeitet und pflückt und diese typische Dach und die pflegt man kann nur so ein Werkzeug was da angehängt hat ein einziger ein einziger ein Einziger und dann hat natürlich die Büsche genau mit Flachlad gesetzt wo sie dann ganz halber Blätter kriegen die Büsche die da auch wundervoll die Blatt haben aber das ist weg das ist meist weg es kommt wie Blatt die wir preiswerter aber das ist auch meist weg das kommt nur mit diesem geringen Erdbeck deswegen teuer und irgendwann das dauert das ist nicht so dass ich loswerfen oder ganz klar ich muss halt den also sie haben eine Blattsortierung eine Blattqualität die besonders technologie erfüllt wie eins also sie haben einen spitzenden die auch entsprechend teuer ist aber deren Laden natürlich auch sehr teurer ist und wir waren genau ein Drittel zu reichen würde bei Bauschwader das die größte back bei uns die langste 250 und 1 Euro Bauschwader 27 Mark die Kampagne 9 Mark das ist ein Argument wie sind wir bekannt geworden weil ein paar Leute das gekauft haben sagen sie wahnsinn da schien die zu einem Sportpreis kann eigentlich gar nicht sein aber so dann kriegt wir mit dem ersten großen Schill in Bremen in einer Berufsschule für den Lehrer für den und die haben immer bei Bauschwader gekauft und die verkaufen den immer bei Bauschwader und stellen sich preis hoch und die haben mich locker gelassen und dann haben sie gesagt okay wenn man das nicht klären kann jetzt machen wir eine Blindenverkostung gemacht Ergebnis war ungefähr ein Viertel von dem Team von Bauschwader besser ungefähr ein Viertel sah auch keinen Unterschied und noch ein Viertel von unserem Team besser Ergebnis die gesamte Schulle bei uns gekauft 800 Kilo das war ein Jahr auf 800 Kilo ein ganz Geld hat wir gebaut 800 Kilo wir waren relativ schnell ausverkauft wir hatten 2 Ton was war unser Markt ist im Gegensatz weil wir viel Versand haben vor allem haben Versand gesetzt und bei Versand haben wir Vorschläge wir nicht dass wir da Risiken eingehen auf unsere Geld Fragen und Social Denken haben wir gesagt nur den Forscher mussten bezahlen bevor wir die Finanzierung haben wir trotz dieser Wir haben wir relativ schnell das ausgenommen wir in den ersten Jahren immer eine Organisation die ein Jahr in Land waren nie gut genug dass wir das Kolumbia gewählt haben wir haufenweise unzufrieden die sagten ich warte auf meinen Tee da rufe ich die Firma an kein Mensch weiß ob der Tee raus gegangen ist oder nicht Sie müssen auch schnell noch da arbeiten auf dein diesen Haus und dann auch das pädagogisches institut kann wirklich haus was ist aber das das war ich der Herr Kut hat gesagt die Frau von Tee und der Statistik gesagt falschen jetzt sind sie der größte das meint sie das ist der größte im Porteur von der Chibut das heißt doch Quatsch die Statistik ist so Lipptens Group von Weining das große Förder und Quatsch Tee kann ja viel kann das hat zu dann die Statistik ist okay mit ihren 400 Tonnen sind sie der größte einzelne Tatsch in Porteur auf der Welt erinnern sich an das Zitat mit der Fort am Anfang da kommt so eine Lion-Spiel-Char nicht als Oberleihenspieler mit zugerechnet so eine Lion-Spiel-Char die nennt sich Tee vor studiert das oder ich habe das studiert und sagt nur eine Sorte Tee für die Konvention und hier haben wir die Großpackungen und ungefähr zehn Jahre später sind sie der größte Motor für Weltmarkt für ganz kleinen B aber die Tee auf der Welt sind Tee jährlich und so viel in und n also was ist die Lehre daraus und ich kann weit voneinander Geschichte erzählen so ähnlich sind systematisch vorgehen Funktion statt Konvention alle denken in Konvention und sie müssen in Funktion gehen und ich sage Tee halt so gehandelt weil es alle kommt das finde ich da trägt mein gut vor den sehr mit Mark Tränen wir fuhl an die Idee bekam es success also erst wie bescheuert ist der Typ kaum was ein Erfolg ist also Professor an den Großpappen ist dabei dafür sind sie Professor und das ist so was da im nächsten Moment heißt es muss man aushalten dass man solche einschätzen geht es ja die Brüder zu einer Zeit in Deutschland wo des Nachkriegs Elend und diese Buchhaft der Allmähne überwunden wurde ich weiß noch was ging da kam ein Hass getrieben und die Geschäfte wurden schöner in Auslagen und Töne wurden sauberer und nicht mehr so fruchtkuchen nach in dieser Situation völlig gegen den Marktrend gab es auch andere Geschäfte und das war noch das genau im Fall da schlug man so Paletten an schon damals und es war preiswert und ein paar Jahrzehnte später sind die Brüder ein Schöpfen vor dem Fall vor Facebook haben Sie die mit reichste Familie auf die Merk war mit einem Konzept das jedes Kind versteht mit man leitet auf so die Kartons hin und sie verzichten radikal auf die Nadeln oder nehmen Sie den Glückweiler in der Schweiz mit seinen Lastwagen oder nehmen Sie Ingvar Kramperat mit Ikea der war kein Möbel oder haben Sie das gemacht was alle anderen haben stellen Sie mal vor Sie kommen und sagen ich habe überlegt am besten Sie nehmen die Böde auseinander gekommen nach Haus und bauen sie zu Hause zusammen so eine tolle Idee was der Reaktion von den Möbel extra den Möbel sich seit drei Jahren Ausbildung in Deutschland und dann kommt einer und sagt es was sie machen weil der Möbel einfach gemacht und preiswert und die Möbel so einfach gemacht dass auch jemand der überhaupt kein technisches Verständnis hat dass die zusammen bauen kann und selbst wenn er drei Schrauben weglässt hält das irgendwie immer noch das ist sehr einfach und nur muss tun und es sind oft die ganz einfachen Ideen am Anfang sagt mit der Händler über gemacht dann war eine Beide und dann wird deutlich dass wir hoch erfolgreich sind dann ganz künftig dann da ist ein Haufen Verfahren der Stroh haben das war nicht ein gut Spruch da hat uns geholfen also wenn sie ekel hat und die ein bisschen arrogant sind dann tun sie sich so leicht ein Kilo also sie nutzen die Energie der Gegenwart und spielen das zurück im Grunde genommen kann man sagen es ist abdeckend ist um so eine Computer Terminologie dafür zu nehmen sie nehmen sich gut vor und sagen kann man das nicht moderner intelligenter ökologischer schöner vernünftiger kostengünstiger machen ich sage manchmal ich kann nehmen sie irgendwie das nehmen sie shampo und lese mal hin was ein shampo ist das ist meistens ein ding gleich am anfang das heißt sylphage oder ja das ist das ist ein Reinigungsmittel für schwer verschmutzte Zwiebel ein sehr scharfes Reinigungsmittel und wenn man das entsprechend verbünd kann man das auf die komfort tun und sie im internet weiter lesen steht das ist ein sehr gefährliches reinigen suchen und wenn sie damit arbeiten sollen sie Schutzgleiter anregen also wenn sie mal in die bar reinigen und legen sie bitte Schutzgleiter an im Prinzip ein sehr preiswertes aber sehr gefährliches Leben wenn sie shampoo ein bisschen besser machen wollen mit so ein Industrie reiniger dann kostet das bestimmt über wenige Cent mehr ich würde mal verwenden das ist fast null was das mehr kostet wenn sie etwas weniger billiges scharfes nehmen also man kann viele Dinge verbessern man muss man klingeln ein bisschen sich in diese Sachen vertiefen das sind so der Reihe von Firmen und mein Punkt wird noch mal nicht beruhigt ist auch wieder in unserem Sagt ich muss zum Büro warum muss ich den eigenen Raum haben warum braucht jeder eine Sekretärin für Gründer am Anfang nichts zu tun warum muss jeder den Gewerbemietvertrag abschließend über den 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 Wohnungsmietvertrag ist so ähnlich wie Gewerbemietvertrag ich jeder seine Reckner aus dem Fachzeug oder den Verkehr nicht unten lassen kann ich das nicht anders machen er hat ihm schon was toll sein mit intelligenter software ist er losgezogen hat er keinen Geldgeber gefunden weil auch wieder ausstatten die Software entwickeln und die ganze der Computerei die Gründung wo man viel Geld braucht man aber nicht aber 100.000 Euro und alle niemanden gefunden warum wir waren Abführer die Deutsche Telekom und da kommt ein 22 Jahr Student den keiner kennt und der sagt ich kann das besser zwei Jahre später hat die Telekom den Dienst eingestellt weil sie sagten wir haben Konkurrenten und sind preiswerter als die bieten preiswerter als was wir zu kosten sind sind der Weile von Sachen die man zusammen vor die Klammer ziehen kann sagen es ist ab der eben ist das habe ich schon gesagt es kommt nicht auf die Technologien an sondern es kommt auf den Markt an und das Mittelstück das ist ein Unterschied die Vermittlung zwischen Technologien und Mark und so zum Markt hin gedacht der Entrepreneur ist das Trüffelspein der hat eine Nase der Intuition der Verständnis für Markt und guckt was gibt es für Technologie Facebook das heißt nicht neue Technologie hier von kommen sondern sie haben Dinge an das kombiniert in Wissenschaft 8 Jahre als die Software sie haben Bedienung freundlicher gemacht sie hatten Erfahrungen transport große Daten nehmen aus diesem Kassar also sie haben einfach neu kombiniert sie nicht Erfinder schon wie der Teil sagt Innovateur Wer macht denn das Management vorherrschende Meinung ist vor kurzem jedenfalls Idee muss viele aber auf die Unger Seite sagen das ist BDL gehen sie müssen diese BDL rein das sind alles Überschriften das erste war so genau andere Überschriften und das hier sind so Teilüberschriften alles wichtig gesagt bringen sie einfach rein dass solche Arbeit sind ich könnte beliebig fortsetzen ist das alles Überschriften die herrschen BDL oder man muss ja das Unternehmer versuchten können die sind erlaublich hier gibt eben viele die muss man sich ein neu agen beziehen exekution umsetzen was das halte ich für fällig war das halte ich für mit einen Grund 80% scheitern weil sie über Lastungsfall geht nicht weil sie intelligent sind sondern weil es zu viel ist und überfordert von der schieren Menge und der Auslegung der Vorschrift der Entscheidung und Nationales Recht und EU Recht und so also kann das nicht noch Arbeitsteilung einführen und jetzt sage ich Ihnen zum Schluss noch was Sie können den Portfolio den Gegensatz zu managen und den jahres Künstler verstehen als Komponisten und für die Frau ist der Mozart und das ist ein Beispiel der war zu drin der Mozart heißt hier Raphael Pugel war mein Assistent mit einem Aufrührten Kuschel der Laufbahn und Stereze gebündelt die Idee haben wir uns zusammen ausgedacht wenn Sie Fruchtsaft trinken und wir gucken genau drauf auf das effizient entstehen das ist Fruchtsaft konzentrat gemisch mit Wasser oder noch ein bisschen Aromen und Haltfack rein mit Zucker was mit Zucker zu ist kann man das nicht aber was macht das dass dieser Abfüller macht dieser Fruchtsaft sehr schnell im Grunde wenn Sie mit Wasser und da noch ein bisschen was dazutut können Sie das nicht besser zu Hause können Sie nicht gleich das Konzentrat kaufen und am besten aus der Wasserleitung das Wasser dazutut mit Wasser mit Wasser und mit Wasser und keine Haltbarkeitsstoffe sondern eine Packung haben die von sich auch schon halbbar macht also keinen Sauerstoff zu ist das eine Idee wo man sagt kaufen Sie Konzentraten stellen wir das Konzentrat her muss wir viel ansetzen und was kann ich in der Konzentrat bestehen machen wir die Verpackung selber natürlich man muss eine Idee in die Verpackung das mit dem Plastikschlauch der keinen Sauerstoff zu ist dadurch haben Sie den natürlichen Handballer bis 18 Monate oder die Verpackung nutzen nicht wenn ich erfunden habe finden wir selber ab und was ich wüsste nicht wie man keinen Verlacht will aber das sind ja natürlich bei einem machen der ist kein haben wir ein eigenes Büro von haben wir eine eigene Buchhaltung was wir mit der Projektwerkstatt machen die macht das schon Internet Shop also Internet Versand Internet Shop und Internet Bestellbar ist die Software die wir von der Projektwerkstatt haben die machen das für uns und sehen wir das für uns Logistik natürlich nicht selber machen Logistik ist billiger die abgeben weil die ganze an der Postgebühren haben Kartenagen gekauft und da ist viel weniger als selber abgeben das ist die Firma was macht der auf den Google also heißt 12 bis 14 Stunden am Tag und vergessen war Wochenende oder Ferien in den ersten Jahren wenn sie fragen sagt doch so eine halbe Stunde damit abschalten koordinieren sind genügend Verpackungsmaterial im Tag ist der Flow of Materiel gerelastet und so also nachher die Stunden sind alles professionelle komponenten kommt das argument kann ich mir das leisten professionelle komponenten kostenlos meine Antwort ist wenn Professionalität zu teuer ist versuchen sie es doch mal mit Unprofessionalität ist aber alles noch von teuer wenn ihr Geschäftsmodell solche Professionalität wenn das Grundmachskomponent nicht erhebt lassen sie es lieber sein dann kommen sie zu überarbeitet und selbst stellen und zum Schluss wie es komponenten hat ganz große Vorteile denn so sah früher ein Unternehmen aus und heute nutzen sie komponenten und was sind die Vorteile sie haben fast keine fixen Kosten was kein Messen mehr warum gehen sie hin so weg weil sie einen Haufen investiert haben die Kredite müssen bezahlt werden die Löhne die Sekretär die Mitarbeiter aber die Kunden kommen schnell genug und dann wird ihr Kapital aufgezehrt und dann sind sie in der Insolvenz bei Komponenten passiert gar nichts sie kriegen weniger aufwendige Sie haben ja kaum was investiert dann kommen sie auch nicht zur Grenze wenn Kunden was der Fall ist länger auf sich warten lassen als in ihren optimistischen Überlegungen gedacht und sie haben nur variablen Kosten das heißt sie haben nur Kosten wenn sie auch Verkäufer haben wenn sie Verkäufer haben können sie neues Material verkaufen und das Entscheidende ist sie sind von Anfang an professionell was sie nämlich sonst nicht sind ein Dilettant am Anfang sie sind ein Stimmler weil sie sich erst ein arbeiten müssen hier sind sie von Anfang hoch professionell nicht weil sie selber professionell sind sondern weil ihre Komponente professionell sind und sie sind hocheffizient weil sie auch am Anfang sonst nicht sind weil sie erst in die größere Option hineinwachsen müssen damit sie effizient werden oder Effizienz anwenden Maschinerie Arbeitsleiter hier sind sie von einem Freund anwenden Komponente die längst unsere größere sind und in effizienten strukturen arbeiten sie haben den Kopf frei sie arbeiten mit wenig Kapital sie sind Herr im alten Haus eine wunderschöne Geschichte jetzt kommen zum Schluss eine kleine Geschichte ich sitze in vier der Asien und mein sitzt bei drei Stunden kommt mal mit seinem Nachbarn ins Gespräch wir schliessen aus das von Düsseldorf leiter Ingenieur und er baut eine Industrieanlage eine Zementfabrik in Mörden von Wangen ist sehr spannend wie das Ökonom oder das Organisieren oder so mag und ich höre ihm so zu und im Kopf denke ich Komponenten die würde ich mit Zementfabrik bauen mit Komponenten habe ich so ein bisschen überlegt oder Zeit und irgendwann habe ich gesagt ich würde ihm gerne sagen wie ich die mit Zementfabrik bauen würde ich hätte mir das so zurecht gegeben aber er hat er nichts gesagt das war meine Chance also ich würde das voll dermaßen machen das erste ist ich brauche ein Ingenieurbüro das Erfahrung hat im Bau von Zementanlag die muss ich für mich anheuern von dem gebe ich einen Auftrag einen einzigen Auftrag wenn wir zu rechten gehen die müssen auf der ganzen Welt die Komponenten zusammensuchen die sie brauchen die müssen ja wissen was man für ein Zementrat braucht sondern auf den Weltmarkt zusammensuchen wo es preiswert ist die Politik und das Ingenieur weiß auch wie man das zusammensetzt so würde ich das anbieten Ich habe mich mental darauf eingestellt dass er jetzt sagt hören Sie mal bleiben Sie mal lieber Professor und Sie so sehen es er sagte so viel anders machen wir das bei Zissel eigentlich auch nicht natürlich haben wir im Konzern eine Reihe das ist ein Schübergero was wir haben im Konzern noch eine Reihe von den Komponenten nennen die holen wir natürlich aus dem eigenen Konzern aber dann gibt es auch ein paar Sachen die kaufen auf dem Weltmarkt ein wo es es gibt Ich sage können Sie mal wenn ich ein Zementwerk bauen kann dann bin ich doch wahrscheinlich preiswerter als Ihre Konzern Ich sagte natürlich sind Sie preiswerter Sie hören nicht die ganze Verwaltung Ich sagte wissen Sie wir waren in China haben ein Zementwerk gebaut das war noch gar nicht natürlich da gab es eine Ausschreibung in Dubai und dann haben sich diese Chinesen beworben und wissen Sie wer den Auftrag gekriegt hat ich sage ich alle jetzt jetzt machen wir wirklich Sorgen über ThyssenKopp wenn ich oder solche Chinesen die auch von Zementwerk nichts verstehen gegen Sie antreten und sogar gingen was passiert Ihnen dann mit ThyssenKopp dann standen länger der Pause und dann sagte er ich gehe ich gehe eine halbe jahre in Pension ich gehe in eine halbe jahre in Pension dieses Komponenten allein ist eine Revolution Sie können heute mit einem Konzept und Komponenten in einer Weise gründen das sind natürlich die etablierten Hausrufe vor allem auch weil Sie den Kopf feiern Sie haben nicht das Investren Sie haben eine Reihe von Sorgen Sie haben professionelle Partner Sie haben den Kopf vor allem und Sie haben ein angenehmes Leben es geht ja auch um ein geglücktes Leben Sie arbeiten sich tot und haben ja als Unternehmer ein bisschen was er wirtschaftet Das ist auch ein Unterschied Dafür Sie machen Fragen Applaus